I've been waiting on my life For someone like For someone like Ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, mit dabei ist der wunderschöne Palutin Guten Tag! Wir haben uns jetzt, nachdem Palimir versucht hat vorn an beizubringen Und wir beide schon auf dem Maximum Level angekommen sind quasi Also wir sehen ja wirklich Kings of Kings Machen wir jetzt eine Challenge meine Freunde Wir spielen heute ohne Waffen mit einer Stoppkur Stoppkur Leute, wir werden heute folgendes machen Und zwar spielen wir Alter, ich glaube der Typ spielt das erste Mal in seinem Leben Fortnite Jun, das bin ich! So spiele ich Fortnite, Alter Komm, ich spiele das erste Mal Wird direkt ausgedacht Okay, wir spielen heute Heiden Sieg meine Freunde Das heißt, wir gehen in Kilted runter Okay Und müssen uns so lange verstecken, wie es irgendwie nur geht Solltest du Steps hören, darfst du dich bewegen Einbauen ist verboten Das heißt, du musst irgendwo, wenn du kannst, runtergehen Naja, aber dann mach doch Überlebenskampf, Junge Man muss sich immer bewegen Ja, aber du darfst nicht bauen Ja, man darf nicht bauen Aber man muss immer in Bewegung bleiben Okay, okay Man muss immer in Bewegung bleiben Sonst stehe ich da irgendwo Gut, ich würde sagen, sobald der Fallschirm droppt Drei, zwei, eins und mach an Okay Okay, Stopper läuft Aber man muss schon richtig Bruder, nee, warte Der Stopper läuft, sobald man gelandet ist Okay, okay, Mauer zurücksetzen Okay Der Timer startet Jetzt Oh, oh Gott Ja, hier Und dann läuft er Immer in Bewegung bleiben Ich hab keine Waffe Er hat eine Waffe Er hat eine Waffe Er hat eine Waffe Lauf Oh Gott, lauf Oh mein Gott Oh Baby Komm, mach wenigstens die 20 Sekunden voll Oh Gott Er schießt durch Hey 27 Sekunden nur Ah Es war aber gut Für den ersten Drive war das vielleicht gar nicht so schlecht Okay Okay So, dann gehen wir mal hier Auf, wieder in den Titel drunter gehen, mein Freund 29 Sekunden 16 stehen hier, Leute Es ist dein Turn Es ist jetzt, jetzt werde ich richtig loslegen, Alter Jetzt werde ich euch zeigen Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt Ah, okay, okay, okay Einer der Spons Sieger Okay Präferiere, die Zeit läuft Okay, so Über die sind schon Leute, du hörst das, ne? Ja, ja, ist kein Problem So, einmal hier rum Man darf jetzt, aber ich dürfte jetzt da nicht die ganze Zeit Kreise laufen Oh Gott, die Tür ist aufgegangen vorne Ein bisschen ist da, Alter Hier ist nicht reinlaufen Nee, 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 nee Okay 90 Sekunden, Digga Das sieht auf jeden Fall an einem neuen Rekord hier aus Geronimo! Okay Oh, oh Oh Gott, hier wird sehr viel gelegt 26 Sekunden, 27 Sekunden Ah, das ist der Feldrekord, meine Damen und Herren Bei der 30 Sekunden Überleben in Tilted Towers Ohne Waffen, meine Freunde Der absolute Wahnsinn Soll ich mal irgendwo reingehen? Oh, ich weiß nicht, gerade ist hier relativ gut so Hallo! Guten Tag Überall Steps Vielen Dank, der Ballschutz Hallo! Oh Gott Das geht schön in die KD, Leute Das macht schön negative Stats, Alter Das will ich haben Das will ich haben Tschüss! Äh Oh, oh Da wird geschossen Alter, ist gestorben Das ist nicht gut Alter, ist schon bei einer Minute der Ball Ja, kein Problem Dann gehen wir jetzt hier nochmal rein Hier war ich auch noch nicht Hallo! Oh Gott, von oben die Steps Ja, die Steps Oh Junge, du rennst jetzt genau einem in die Arme Oh, oh Egal YOLO Hallo! Oh, da gehts nicht weiter Abbauen kannst du ja, ne? Ja, dann geh ich hier durch die Tür Äh, durch die Wand Hallo! Okay, Leute Eine Minute 20 Kurz angetäuscht Und jetzt hier vorbei Oh Gott Oh Gott! Lass mich doch in Ruhe Oh, da ist einer der Gassen glaube ich jetzt hier links von dir Da! Hätte ich nicht gesehen! Oh Gott! Lauf! Ja, 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 ja Ich springe schnell Oh Junge, wie ein abhängt Rechts wird hier auch noch ein Spieler gerade gewesen Oh Gott Falle, Digga Was für ein Run! So, kein Problem Oh Gott, hinter mir! Da kämpft einer Hast du den im Kiosk gesehen? Nee, hab ich nicht Hier links rein, hier links rein, hier links rein Und hier Und auf Oh, sauber Ja, ja, kein Problem Und jetzt zack Oh, perfekt Da geh ich direkt hier oben Alter Schnee, Digga Das ist ja ein Rekord, Digga Bein hier Hallo! Ganz oben Falle, ganz oben Mach's nicht kaputt, mach's nicht kaputt Oben ist einer, oben ist einer Direkt jetzt vor dir Lauf hier raus, lauf hier irgendwo raus Schnell Okay Ich geh raus Läder Läder Ich beeil mich doch Aber hier ist doch Jetzt bin ich doch hier bei irgendeinem anderen Oh Gott! Oh Gott! Nein! Passt die 3 Minuten, Digga Nice one! 2 Minuten 59 Alter Not bad Not bad, Bro G-Gude Zeit Das ist ein krasser Nervenkitzel, oder? Das ist, Leute, ohne Witz, ich finde es heftiger, als wenn man selber quasi normal spielt Dang, okay Wenn's um Verstecken geht, weißt du, dann weiß ich, wo der Frosch genommen hat Ja, richtig, richtig, richtig Das kannst du doch ganz gut, Alter Ich weiß doch, früher immer, wenn ich gesagt hab, abspülen, warst du nie da Weißt du Hab mich immer verschleckt Immer so, Palle, Palle, unterm Bett war ich nicht Wir müssen heute irgendeine Tücher aufräumen Nee, sorry, Alter, kein Bock Tut mir leid, ich bin nicht da Ja, und da hat man immer gedacht, Palle wäre übers Wochenende weg gewesen Und tatsächlich hat er sich die ganze Zeit im Schrank versteckt, Leute Ja, ja Verrückte Zeit gewesen War gemütlich da drin Und? Drei Zwei Go Okay, oh Kann doch nicht wahr sein Da waren direkt zwei diese Die hatten, glaub ich, auch beide keine Waffen Aber erstmal schön Ja, die Zeit läuft, ne? Also hier, meine Damen und Herren Ihr seht es 15 Sekunden hast du schon 15 Sekunden hast du schon Also du bist Es könnte ein neuer Weltrekord werden Was ist das denn? Da dreht er da gemeinsam Du kannst nicht immer ins gleiche rein Du musst immer andere Routen wählen Was ist das denn? Ja, ja, man versucht halt alles um zu gewinnen Also du bist jetzt schon bei 35 Sekunden Ja, du kannst jetzt hier mal rein Kannst da Wahrscheinlich gehst du da einfach Was ist das denn? Junge, jetzt werden hier aber die ganzen Taschenspielertricks Rausgeholt An die Öl Ja, das ist Ja Und am Sneaken Das ist wieder ein Klassiker Was haben wir hier? Du kannst auch gerne mal mit rein gehen War da jemand? Über eine Falle Ahhhh 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 Oh oh 7 HP Ich glaub das geht in die Hose Obwohl Anderthalb Minuten meine Damen und Herren Ahhhh Mann Es hat so gut angefangen Alter Anderthalb Minuten Leute Palle hält immer noch den Rekord mit 3 Minuten Du sagst gerne nochmal Weil ich ruh mich jetzt gerne auf meinem Rekord aus Ja moin Digga Okay, okay, okay Mission an der Cover geht in die dritte Runde meine Freunde für mich Und der Timer Beginnt Hier ist auch bestimmt gleich gegen einer Ich weiß gar nicht warum du da hängen Lange Palle machen darf nicht alle Ja Ja Ne Hehehe Hehehe Es wird ausgereizt und zum geht nicht mehr Oh da höre ich schon die erste Schüsse Da gibt's den Schusswechsel Damn, ist direkt über mir Hehehe Mal reingehen Ich höre schon Steps Oh nein Oh oh, hinter dir ist die Tür aufgegangen Ich hab er mit der Falle gekillt Ich hab er mit der Falle gekillt Als ob Jetzt sind wir gleich bei einer Minute Der arme Typ Ich hab den mit der Falle gekillt Junge Direkt die Humiliation Geh doch mal in sein Haus rein Guck doch mal so ein bisschen nach da oben Hehehe Wie du direkt auf mir dreht bist Dann würde ich einfach reloaden Ach Mensch die Rude kenn ich doch Der kommt zu mir Der kommt sowas von zu mir Der will mich Alter Der will mich Also anderthalb Minuten hast du schon Was Dieser Step den hast du beim letzten Mal auch gemacht Der macht gar keinen Sinn Oh Was war das? Ich weiß es nicht Oh fast 2 Minuten meine Damen und Herren Oh da höre ich aber jemanden Jetzt geht's nach unten Was war nochmal 3 Minuten war mal Rekord? Ja Ja wir sind jetzt bei 2.15 45 Sekunden nur noch Ebi Genau nochmal unten längs Wir sind bei 2.30 Oh Gott 2.30 meine Damen und Herren Oh Gott leider 35 35 45 Gleich meine Damen und Herren Also das könnte der Der Weltrekord werden Oh die ist ja mal gestorben 52 53 Das wird's Das wird's 3 2 1 3 Minuten meine Damen und Herren Oh Wo kommt das denn? Oh Okay 3 Minuten 5 Oh mein Gott Oh mein Gott Leute Genau da jetzt nochmal ein bisschen Chilli Mili machen Ich hasse diese Schlafsack Ich hasse diese Popkitungs Boah ich glaube jetzt sobald man über die 3 Minuten Marke ist Hat man diesen kritischen Zeitpunkt Wo die meisten Leute tiltisch und tot sind Überwunden Weißt du was ich meine? Naja wo die meisten einfach schon Is get wrecked Ich krieg jedes Mal wirklich echt einen Anfall wenn ich das sehe Es wäre so nice Es wäre jetzt irgendwie einfach so ein Doublefall So ein Sniper Headshot oder sowas oder irgendwas richtig ekliges krieg ich jetzt in den Kopf 4 Minuten Leute 4 Minuten ist der Rekord drinnen Ist der Rekord drinnen Ihr könnt uns auch gerne mal irgendwie auf Twitter oder sowas Ja ja eure Rekorde einfach zeigen Eure Rekorde irgendwie zeigen Speedet das einfach ab macht der Timelapse draus Leute 4 Minuten 8 der momentane Weltrekord im Tiltes Towers verstecken Der offiziellen Der offiziellen Fortnite Olympics alter Das sind wirklich die Fortnite Olympics Ist auf jeden Fall noch irgendwo Hallo Boah du musst mal überlegen wie close ich teilweise bei Leuten gewesen bin ne Das geilste ist eh der Fallen Kill Das macht mich ja Prosten alter Das ein armer Typ noch in die Falle reingesteppt ist Ja du hast da den einen Weltklasse Kill Wir sind jetzt einfach schon bei 5 Minuten Ja Palle Palle Das ist der Rekord Das ist der Rekord ich sag's dir Hast du den gesehen da oben links Ne Wenn er nicht gesehen hat das ist RIP alter Das ist vorbei Ja hauen kaputt Das ist nicht wahr was der Mann hier macht Der rennt immer immer weiter Das ist der absolute Wahnsinn Leute Du bist der Unsinn Boah nee das ist Sprinter Kennst du irgendeinen Marathonläufer? Beim Namen? Weil das ist ja praktisch ein Marathon den du hier schon gelaufen bist Ja komm Palle ich glaube ich glaube dass Also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen Aber ich kann das jetzt bis zum Ende der Runde machen Hier ist der gestorben die arme Sau Awww Die nehmen wir zwar mit Das war's Das war's Deshalb geh jetzt mal zu einem und klau ihn kaputt Was soll ich jetzt wirklich den Weltrekord wegschmeißen? Ja du musst wissen was du tust Da unten ist er Ich klau ihn dir Und jetzt Hau ihn kaputt Schnell Scheiße Das war aber nice 7 Minuten 33 meine Freunde Palle Palle Du hast jetzt einen Try gehabt Tut mir leid also einmal musst du noch ran Einmal musst du wirklich noch ran Okay Wenn ihr mehr solche Sachen sehen wollt Zum Beispiel Hide and Seek mal in Tilted Towers ohne das wir verwegen Einfach nur verstecken und einander suchen Also sprich wir gehen gemeinsam in eine Solo-Runde rein Und suchen einander ohne Waffen in Tilted Towers Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da wenn ihr mehr davon sehen wollt Leute Die andere auch mal mit dem Wollen Wusstest du dass Mo der offizielle Hide and Seek Champion ist? Ahoi Mo alter ist der krasse Leute Checkt euch mal bei Mo's die erhalten Sieggebnis ab von Minecraft damals noch Er hat sich immer so krank versteckt Leute Das ist heftig Und los Okay 3 Sekunden haben wir Oh Gott hast du da über die Runde gekommen ist? Der hat eine Waffe Springen wir über die Runde Kein Problem Lauf Hallo Lauf mein junger Gott Alles kein Problem Oh Gott da ist jemand dringend in der Waffe Nein oben ist auch einer Palle Oben ist auch einer Oh Gott 24 Sekunden Ich wollte sagen hättest du da raus gelaufen Hätten die beiden sich gesehen Guck da Jetzt kommt es nämlich zum Kampf zwischen den beiden Wer gewinnt das Ding Wer gewinnt das Ding Palle Auf wen setzt du auf den Astronaut Oder super Das macht der Astronaut Ja Das war's für dieses wunderschönen Video Schade Palle Der Rekord steht Leute 7 Minuten 33 Versucht das zu überbieten Schaut auf jeden Fall mit dem Palle vorbei Lasst einen Daumen da oben da Und ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht das gut Hau da rein Ciao, ciao ARD Text im Auftrag von Funk